Herzlich willkommen beim Intersport Alpenglühen hier in Obertauern. Jahr 2016 hat für uns wieder einiges zu bieten gehabt. In der ersten Wochenhälfte hatten wir absolut sensationelle Bedingungen. Wir haben Sonnenschein pur gehabt, habe ich hier in Obertauern noch nie erlebt. In der kurzen Hose da zu sitzen, wirklich absolut atemberaubend. Zweite Wochenhälfte bietet jetzt auch wieder alles. Schneefall, Neuschnee, das ist im April. Top-Test-Equipment und zwar des kommenden Winters, also absolute Neuheiten, gibt es auch nur beim Intersport Alpenglühen bei keiner anderen Veranstaltung. Es sind über 20 Industriemarken da. Was haben wir noch da? 40 bis 50 Guides, die mit den Gruppen rausgehen. Absolut gelebt beim Alpenglühen. Spaß auf und abseits der Piste. Und wir haben natürlich auch ein sensationelles Rahmenprogramm. Beim Eröffnungsabend Sandkünstler, wirklich eine tolle Show und beim Abschlussabend eine Riesenparty auf der Kringsalm. Kunde Organisationen, coole Guides, viel Spaß. alles perfekt. Super Leute, tolle Stimmung. Das April-Ski-Gestand war grandios, es wurde auf den Tischen getänzt, also einfach alles prima. Sehr gut, hat mir Spaß gemacht, sehr gutes Guiding. Prima, die ersten Tage, das Wetter war grandios, das war super. Dann das Material hier, was ich bekommen habe, das war 1A, beste Betreuung. Der Guide hat uns durch Skigebiet geführt, das war echt prima. Ich bin Wiederholungstäter, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich da war und wenn es nächstes Jahr wieder ist, kommen wir wieder. Ja, das war das Alpentünen 2016, wir freuen uns schon wieder 2017 auf euch. Meldet euch an, habt Spaß, letzte Märzwoche ist der Termin. Heute, 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 heute. Untertitelung. BR 2018